Viele Leute haben es sich gewünscht und in diesem Sinne, willkommen zu einer zweiten Folge von Phasmophobia. Mit dabei sind unsere Business Tour Menschen. Moment, das kommt von Business Tour raus hier. Äh, auf jeden Fall haben wir Tyson. Tyson ist der blonde Typ hier. Tyson sagt hallo. Hallo. Die Nuss, den kennt ihr. Hi, Leute. Mich kennt ihr nicht? Äh, ich bring Business Tour erst nach dieser Folge raus. Danach lernt man dich kennen, Tyson. Und man sieht dich dann siegen. Und da haben wir noch Sarah. Tipptopp. Okay, wie heißt unser Geist? Steven White. Nuss, wo ist Nuss? Nuss, tut mir leid, ich muss es dir sagen zu müssen, aber du wirst in dieser Folge zuerst abnippeln. Hä? Nur weil er das Gegenteil von mir ist? Dein Ernst? Ja. Ja, lass das mal einfach mal so stehen. So, und das Highlight an dieser Folge ist, jetzt hören mich die Papainer nicht reden, denn in dieser Folge spielen wir über den Ingame-Chat. Um, äh, für, für das Spannungserlebnis hier. Mach dich nicht, mach dich nicht lächerlich. Ja, hab ich auch gehört. Über die Entzündung. Das Wichtigste ist an der Stelle natürlich Salz. So, anscheinend reagiert er auch an die Gruppen. Klar. Ja, Gott sei Dank. So, erstmal viel Schlitz Salz verteilen. Tyson, ich hab jetzt ein bisschen Salz verteilt. So, mal gucken, was wir uns als nächstes holen. Sperren wir die Lumpen einfach mal ein. Aber das gefällt mir tatsächlich gerade ziemlich, dass ich jetzt mit euch ganz allein rede. Und ich lerne aus meinen Fehlern. Ich werde diese Folge ein bisschen zusammenschneiden. Was gibt's denn hier überhaupt noch? Haben ja alles. Ah, nee, hier. Fingerabdrücke. Ach, soll ich ne Videokamera? Moment, was sind denn die Aufgaben? Räucherstäbchen, Crucifix, Foto. Habt ihr schon ne Vermutung, in welchem Raum er sein könnte? Ich hab... Hm. Der ist hier in der Küche. Im F3, hier in der Küche. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Gerät? So. Aha, hier. Ups. Rex, wie hat sich ne Tür aufgemacht? Irgendwo. Ja, das kann gut sein. Oh, hier ist es frisch. Ach, das liegt nur daran, dass das Fenster offenbar. Hast du es geschlossen? Klar, klar. Ah, da, ich hab's gehört. Was war das? Oh, Nuss, guck mal. Ein Pool im Garten. Hey, Nuss. Wenn das hier vorbei ist, wir springen in den Pool. Und mit das hier vorbei meine ich den Regen. Natürlich nicht das im Geist. Der kann sich zu uns gesellen. Der gute Steven. Anmerkung. Wenn hier Gefriertemperaturen im Raum sind, nur weil Fenster offen sind, dann ist doch das Wasser vereist, oder nicht? Shit. Gutes Argument. Er ist durchs Salz gelaufen. Ja, das war doch mit Tyson, oder? Ich glaub auch, ich hab auch seine geilen Füße mit auf dem Bild. Hier sollen Gefriertemperaturen sein. Ja, hier, äh, feiert in der Party. Ja. Sag mal, Nuss. Wo bist du? Nuss, Nuss ist Nuss, warte, bevor du damit sprichst. Du bist ja ein bekennender Fotokritiker. Was sagst du diesem edlen Herren da? Neben Tyson. Der sieht ja fast so aus wie ich. Ich dachte, das bist du. Also. Da fehlt nur der Zahnar. Ja, dachte ich doch auch. Hast du oben auch schon so eine Platte? Ach, wir haben das Buch übrigens, na. Oh. Wie, du hast auch eine Kamera dabei? Ja, natürlich. Kranker Scheiß. Jemand hat mir ja meine EMF wieder geplaut. Wo bist du? Wie alt bist du? Ja, Sarah. Du Dieben. Wo bist du? Ich hab ja mein Dämon oder Jorah. Ach, Leute. Das ist doch... Das ist doch... Das funktioniert nicht. Geste, gibt es sonst wieder geantwortet. Die Box oder ein Rohr bräuchten wir. Ich hab schon eine Kamera platziert. Aber ich glaub, die ist blöd platziert. Wo bist du? Guck mal, hier in der Ecke. Das ist, glaub ich, nicht so optimal, oder? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Sarah, erzähl mal was. Wie alt bist du? Den Chef entstand wohl zu mir. Ach ja, du existierst ja nicht. Sarah. Hallo. Wo bist du? Sarah, du steppst bei mir auf der Stelle. Bist du anwesend? Sarah. Wie alt bist du? Sie hat wahrscheinlich einen Timer. Wo bist du? Koch, Profi! Ich will bitte den Weihauern. Sarah, Nuss, hier ist unser Buch. Mach dein Schindlich ausgesucht. Dankeschön. Hey, wir sind angemacht. Oh, findest du? Ich gehe einen seltsamen Typen mal ausräuchern. Hey, Nuss, hast du eine Kippe für mich? Äh, nein. Aber du kannst doch hier die... Du kannst es doch... Ah, zieh das hier an. Genau das hier. Die Lampe. Hey, das ist ein Ventilator. Mann, man... Mann, siehst du bescheuert aus. Also, Ops, ich bist einfach keiner. Wo bist du? Wie alt bist du? Tyson, schau mal kurz auf das Brett, ob es abgehakt ist mit den Räucherstäbchen. Anmerkung. Anmerkung. Top, tiptop, over. Bei mir wird dann nicht angezeigt, dass nichts erkannt wird, soll ich, dass es dir bei jemand anderem gibt. Oh, ich hab's schon gehört. Ich werde nicht richtig, sollte der die ganze Zeit mit ihrer Pfiffenampe genau in meinen Sichtfeld reinhalten. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? So, wir erledigen jetzt mit dem Kruz-Fix die nächste Aufgabe, also die nächste Nebenfest. Wo bist du? Ich möchte mal kurz anmerken, dass du leicht übersteuerst. Gute Anmerkung von Tyson. Nick, hier, mach du mal das mit der Geisterwachs. Liegt auf dem Tisch, auf dem Teller, fast. Okay, danke, dass du mir das Essen serviert hast. Nicht an dem Mund, du Spaß. Hörst du mich? Hallo, wo bist du? Steven White. Steven White. Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Er hat Adult gesagt, er hat Adult gesagt. Geisterbox. Er ist erwachsen. Klar, klar antwortet er, wenn du mit ihm redest. Ja, also, ich weiß nicht, es ist hier nicht. Klar. Er mag... Steven White mag mich im Vergleich zu Helen Wilson. Die olle, alte. Ich bin froh, dass wir die nicht mehr bei uns haben. Die leh? Also, wir haben Dämon, na? Joa, Kuzifix und Foto. Kommt, wir gehen alle rein. Jungs, Sarah, auf, auf. Fernseher ist aus, over. Ich hab hier... ... im Bad. Ja, wenn sie mal redet, ne? Hey, hier ist der Knochen im Bad. Jackpot. Steven White. Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Hante doch mal. Ja, halte uns doch mal, ja? Zeig mir, dass es existieren. Leute, wenn wir ein Spiel auf Deutsch haben, wenn wir ein Spiel auf Deutsch haben, sollte der nicht eigentlich auf Jage reagieren, statt auf Hante? Nur was als Theorie. Jage uns, bitte. Jage uns. Steven White. Ja, jage. Jage, Sarah. Schlitze uns auf. Verspeise uns. Sarah? Zeig dich. Z-show you. Du bist, ja, besonders Gespräche in diesem Part. Und dann sehen die Leute ein paar Tage später Business-Tour, wo Sarah, die ist, die rumflucht. Irgendwas ist runtergefallen. Ah, das muss ich immer auch wegpiepen. Okay, jetzt jagt der Geist. Ich glaube, er ist bei mir. Ich habe einen Kruzifix in der Hand. Scheiße, er will reinkommen. Kann mir bitte irgendwer helfen? Nicht reden, wenn er jagt. Shit, das hat wen erwischt, oder? Das ist drauf, Sarah. Und wer ist von uns gegangen? Ist überhaupt jemand von uns gegangen? Da liebte sie vor der Haustür. Oh nein, sie wollte aus der Haustür raus. So ruhig wie es jetzt ist. Steven White. Ja, jage. Ja, Sarah. So ruhig wie es jetzt ist, ist bestimmt Sarah gestorben, habe ich mir gedacht. Also genau so ruhig, wie es vorher auch war. Okay, wir brauchen immer noch ein Foto vom Geist. Also ich habe ein Foto vom Geist gemacht. Habe ich schon. Ah, perfekt. Dann nur ein Kruzifix. Ja, ich habe fotografiert und mit ihm abgehauen. Sarah. Sie war so jüng. Sie war die jüngste von uns allen. Das war sie halt echt. Wir alte Hasen überleben einfach. Macht ihr das mit dem Kruzifix oder soll ich... Ja, okay, ich komme rein. Ja, ja, komm mit. Für die Unterhaltung, Nuss, komm. Sarah kann den... Nee, warte mal. Das ist Nuss. Und Mensch, der Schatten ist ja realistisch. Man kann die Fernbedienung aufheben. Ja. Aha. Wusste ich gar nicht. Ich habe sie da auf dem Proben gestellt. Ja, Tyson, wer ist hier der Profi? Ich habe das lieber Haupte. Das hast du in den Raum gestellt. Du bist Level 100 noch was. Steven White. Ja, das heißt aber nichts. Okay, ich bin schon geil, muss ich sagen. Ja, das bist du auch ohne das Spiel. Fühl dich angezwinkt, Katheisen. Nein, nein. Doch, nehm Sarah weg ist. Macht das keinen Sinn mehr. Wie du da hockst bei einem Kreuz. Wie so ein Frosch, ey. Was soll ich denn tun? Boah, gute Frage. Er hat gerade einen Teller hinter mir weggekommen. War es Sarah oder der Geist? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, es ist Sarah. Keine Sorge, Nuss. Nick, du bist doch hier vor mir, oder? Ja, ich bin das. Hallo. Er hat gerade einen Schritt gemacht. Und eine Tür geöffnet. Nuss? Steven White. Steven White. Steven White, wo bist du? Ah, wer fiel die Kamera weg. Steven White, wo bist du? Ich habe ihn gefragt, wo er ist. Und wisst ihr, was er sagt? Alt. Wo bist du? Alt. Oh, er hört uns ja immer noch. Wo bist du? Hallo, Steven White. Hey, du bist dumm. Nuss, soll ich eigentlich schon mal die Badehose rausholen für unser Poolabenteuer gleich? Hat er gerade Ja gesagt? Er hat hier gesagt. Hier. Hier. Zeig dich. Ach, das ist ein Lüder. Zeig dich. Steven White. Wo bist du? Steven White, bist du Freund? Ah, das ist ein Lüder. Ah, das ist ein Lüder. Nosferatu. Steven White. Oh. Helene? Er kommt. Er kommt. Er hat Catch gesagt. Alles gut. Ich bin doch da. Das Licht flackert nicht übrigens. Also, unsere Taschenflackert. Nicht unsere Taschenflackert. Alles gut. Du bist auch total entspannt heißen, ne? Du hast. Er hat ja auch vielleicht nicht die Stromversorgung einfach an- und ausgemacht. Nein. Äh, nein. Steven White. Steven White. Zeig dich. Komm, ich renne hier mal ne Runde. Gib uns ein Zeichen. Rennen macht ihn doch wütend. Tyson joggst mit mich hier um den Tisch. Komm, wir joggen hier ne paar Runden. Um den Esstisch jetzt. Steven White. Ich lauf so ne Acht. Steven White. Okay, da mach ich mit. Wo bist du? Wie alt bist du? Wir sind gut dabei, Tyson. Wir sind vor anderen. So fremde Leute kommen in dein Haus und laufen um deine Tische. Steven White. Steven White. Und bröhn deinen Namen rum. Zeig dich. Voll geil. Das stell ich mir sehr unterhaltsam vor. Ich würde das feiern. Ich hab dich gleich überwunden. Where are you? Da muss ich jetzt hier nachlegen. Da kenn ich nichts, Tyson. Ich mach dich lang. Niemand ist so ein guter Sprinter wie ich. Kann sein, dass mein Spiel auf Englisch jetzt gestellt wurde. Where are you? Jage, Stefan. Jage. Ich schau mal, ob das erledigt wurde. Tyson, wir joggen hier weiter, ne? Ja, ja. Hey, Tyson. Meinst du, er ist noch älter als ich? Ja, das ist einfach schon schwierig, ja. Ja, es gibt ja auch Lennart. Echt time suchen und ist erledigt. Okay. Raus mit uns. Wir haben es geschafft, Tyson. Ja, easy game. Hab ich einfach wieder gecarried. Tschüss, Sarah. Ach komm. Ich hab das getragen. Tyson, Tyson, komm her. Für den Segen kriegt Sarah das Kreuz. Nur die Kamera. Na dann, Jungs. Mal wieder hab ich den Tag gerettet. Ich würd mal sagen, war eine gute Runde. Ich bin aber auch ein Geisterjäger, ey. Aber bisher ist die Quote gut. Wir haben immer erst eine Person verloren. Also dann, in diesem Sinne. Ich mein, haben wir es geschafft. Für die heutige Runde. Mach ne Puzzle. Für die heutige Runde Phasmophobia. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass es hier jetzt eine weitere Folge von gab. Mal gucken, wie viel es geben wird. Äh, je nachdem, wie wir Lust haben. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt. Äh, der Tropjak Geister. Äh, das war eine traurige Abmoderation. Das war eine traurige Abmoderation.